Alle Außensensoren sind blind, Sir. Wir sind nicht einsatzfähig, solange dieser Ionensturm anhält. Verdammter Sturm. Nicht jetzt. Ich kann nicht ewig warten, McNeil. Dann muss ich eben zu dir kommen, um zu kämpfen. Diesen Kampf wirst du verlieren. Ich habe den Kampf schon gewonnen. In diesem Moment transformiert sich die Erde in ein jungfräuliches Paradies, ein Eden. Bereit für die Geburt einer neuen Rasse. Eine Rasse, deren jüngstes Mitglied du selber sein wirst. In wenigen Stunden schon. McNeil wird kommen. Er hat deine Raketen gestoppt. Er wird doch dich stoppen. Dann wirf einen Blick auf die Zukunft. Solange du noch Augen dazu hast. Im Sprengkopf dieser einen Raketen befindet sich genug Tiberium für eine Transformation des ganzen Planeten. Du wirst sie nie fliegen sehen. Das solltest du dir nicht wünschen. Ich bezweifle, dass es einen Platz für Mutanten gibt in der klinischen Welt der GDI. Bereitet die Patientin auf die letzte Tiberiuminfusion vor. Und schickt ein Begrüßungskomitee los für ihre Freunde. Was war das? Sie greifen uns an! Aber auf! Aufkampfstation! Beschützt die Kodiak um jeden Preis! Vorsicht! Cain ist entschlossen, sie zu vernichten. Wir können während des Sturmes nicht starten. Daher müssen wir die Kodiak verteidigen, bis der Sturm nachlässt. Die Produktion läuft eingeschränkt. Die Ausrüstung kann häufiger versagen. Vorsicht ist angeraten. Alarm! Neue Baumöglichkeiten. Ups! Wird gebaut. Weg! Spielsteuerung. Tempel etwas verlangsamen. Welchen GDI-Commander? Äh, den Solomon. Mein Gott, ich hab dir mal den Namen gemerkt. Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird ausgeführt. Wird gebaut. Wird gebaut. Mein Leicht bereit. Wird gebaut. Alles klar. Sieh'n unterschwer'n. Alles klar. Alles klar. Verstanden. Alles klar. Verstanden. Alles klar. Verstanden. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Verstanden. McNeil. McNeil ist auch ne Kartoffel. Alles klar. Ja? Ihr? Erledigt. Erledigt. Ja? Einheit verloren. Alles klar. Schon verledigt. Wird ausgeführt. Einheit verloren. Einheit bereit. Einheit verloren. Einheit verloren. Alter Schwede. Wollt ihr vielleicht noch komplett rüberziehen? Bau abgeschlossen. Einsatz hier nicht möglich. Neue Baumöglichkeiten. Wird hergestellt. Alles klar. Alles klar. Verstanden. Verstanden. Kein easy Befehl. Sir? Wird gebaut. Super Start, ja. Bau abgeschlossen. Einsatz hier nicht möglich. Neue Baumöglichkeiten. Wird hergestellt. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Junge. Bist du mal entspannt mit deinem Backseat Gaming? Alles klar. Alles klar. Ja bitte. Verstanden. Schon unterwegs. Warte unterwegs. In Ordnung, Sir. In Ordnung, Sir. Ja bitte. Alles klar. In Ordnung, Sir. Alles klar. In Ordnung, Sir. Alles klar. Verstanden. Knicks drücken, um zu gewinnen. Ich glaube auch. Einheit deeply. Alles klar. Einheit verloren. Und auch noch drücken... drücken zerstören. Die schauen mir das erst mal die Karte an, hier. Scheitern nicht. Ja bitte. Alles klar. Äh, Einsatz abrechnen und neu starten. Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Gestoppt. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Einheit verloren. Einheit verloren. Wird hergestellt. Einheit bereit. Einheit verloren. Einheit bereit. In demnische Arzellarie. Ich muss die Art hier ablenken. Am besten mit nem Sammler. Kann die da nicht einfach von dem Blitz getroffen werden? Bau abgeschlossen. Und nicht zu weit nach rechts, da sind nämlich auch noch Artis. Sammler wird angegriffen. Teilt euch auf! Der Sammler lenkt ihn ab! Unser Stützpunkt wird angegriffen. Sammler wird angegriffen. Es klappt sogar wirklich. Zu wenig Energie. Einheit verloren. Oh mein Gott. Einheit verloren. In Ordnung, Sir. Einheit bereit, Sir. In Ordnung, Sir. Ja, bitte. Erwarte an, was. Wird gebaut. Ja, bitte. Alles klar. Erwarte an, was stammt. Alles klar. In Ordnung, Sir. Start. Ja, Sir. Einheit bereit, Sir. Ja, bitte. Gestoppt. Sammler wird angegriffen. Wird hergestellt. Gestoppt. Wird gebaut. Wird gebaut. Alles klar. Alles klar. Er hat auf zu feuern. Einer muss aufhören. In Ordnung, Sir. In Ordnung, Sir. Alles klar. Ja, bitte. Bau abgeschlossen. Abgeschlossen. Abgebrochen. Ja bitte? Ja bitte? Alles klar. Alles klar. In Ordnung, Sir. Ja bitte? Alles klar. Er war der Anweisung. Schon unterwegs. Starten. Alles klar. Wir erledigen. Einheitsverlust. Wie hat er das geschafft? Verstattet. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ja, immerhin steht er jetzt erstmal. Wird gebaut. Gestoppt. Wird gebaut. Sir? In Ordnung, Sir. Bau abgeschlossen. Erwarte Anweisung. Verstattet. Das sind wahrscheinlich die zwei Artilleries, die ich vorhin hier rechts abgefangen habe. Alles klar. Und dann standen die da. Und jetzt sind sie eh ein bisschen überfordert. Wir sind ein Block verstellen. Wird gebaut. Kann nicht sein, ich verbrauch alles sofort. Ich muss häufiger X drücken. Ja, bitte. Schon unterwegs. Erwarte schon unterwegs. Ja, hier und Gas. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Sir? Auf X Einheiten verteilen. Aber siehst du ja, wie gut das funktioniert. Aber siehst du ja, wie gut das funktioniert. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Zeug los zu stehlen. Wird gebaut. Gestoppt. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Brauch ich nicht, Silo? Ja, damit ich da unten an den Bauplatz komme. Wird gebaut. Hm. Erwarte Anweisung. Cyborg zustellen. Alles klar. In Ordnung, Sir. Alles klar. Schon unterwegs. Ja. Ihr? In Ordnung, Sir. Vier Wochen später. Alles klar. Zu wenig Geld. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Echt? Jetzt sehen wir mehr. CYBORG, so schnell hin! Alles klar! Alles klar! Lass mich raten, bei dem Wetter darf ich auch nichts in die Luft jagen bzw. in die Luft bringen. Wird gebaut! CYBORG, so schnell hin! Verschlapp, so schnell hin! Bau abgeschlossen! Wird gebaut! Bau abgeschlossen! Wird gebaut! Bau abgeschlossen! Meinte er, was mit Orcas? Dabei, McNeil kann doch bei dem Wetter einfach starten. Er ist doch so ein harter Kerl. Erwarte Anweisung! Alles klar! Schon unterwegs! Alles klar! Schon unterwegs! CYBORG, so schnell hin! Mit meinem Portemonnaie sprechen könnte ich sagen, mach mal andere Sachen bei mir rein außer Kondome. Alles klar! Verstanden! Zum Beispiel holen die drei Jahre alten raus. Schon unterwegs! Verstanden! Verstanden! Alles klar! Ach, wär's geil, wenn man das Schiff verkaufen könnte! Dann ist die Mission einfach vorbei! ZU WENIG GELD! ZU WENIG GELD! BAU abgeschlossen! ZU WENIG GELD! Was soll ich was sagen? Wird hergestellt! Nee, ich such keinen netten Dates. Wie sieht das bei euch aus? Kommt er mit dem Jetpack hoch? Schon unterwegs! Gestoppt! Nö, ihr seid auch verschwenderisch. Schon unterwegs! Alles klar! Verstanden! Ja, bitte! Alles klar! Schon unterwegs! In Ordnung, Sir! Wird gebaut! Alles klar! Verstanden! Schon unterwegs! Erwarte Anweisung! Gute Nacht! Gute Nacht, Hacker! Alles klar! Alles klar! Verstanden! Dut-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! In Ordnung, Sir! Schon unterwegs! Verstanden! Äh! Alles klar! Verstanden! Erwarte Anweisung! Aber kleine, kleine Fliegerei ist ja voll Kacka. So kann ich mich nicht vernünftig verteidigen. Alles klar, alles klar. In Ordnung, Sir. Alles klar, schon unterwegs. Verstanden. Erwartet, alles klar. Ja, bitte, alles klar. Vor allem, wenn Feinde Artillerie haben. Erwartet, alles klar. Ja, bitte, alles klar. Er bekommt auch so doof wie Ideen. Ja, bitte, alles klar. Alles klar. Schon unterwegs. Zu wenig Geld. Ja, bitte, alles klar. Ja, bitte, schon unterwegs. Schon unterwegs. Sei vor Kinschel. Ja, bitte, schon unterwegs. Bau abgeschlossen. Gebäude verkauft. Das Radar ist auch nicht so lange. Ja, bitte, alles klar. Verstanden. Verstanden. Schon unterwegs. In Ordnung, Sir. Erwartet, Anweisung. In Ordnung, Sir. Sei vor zur Stelle. Verstanden. Schon unterwegs. Kain hat doch nichts damit zu tun, dass es Gewitter ist. Verstanden. Erwartet, Anweisung. Alles klar. Verstanden. Alles klar. In Ordnung, Sir. Ja, bitte. Verstanden. Einheit verloren. Sammler wird angegriffen. Ja, bitte. Alles klar. In Ordnung, Sir. Erledigt, erledigt. Einheit verloren. Alles klar. Ja, bitte. Ah, na toll. Einheit verloren. Geh da hin. Ne, darum kann ich ja auch nichts bauen. Abgebrochen. Wird gebaut. Gestoppt. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Gebäude verkauft. Ja, Motor an. Einheit bereit. Einheit bereit. Ja, ihr? Ja, ihr? Ja, ihr? Ja, ihr? Ja, Sir. Ja, Sir. In Ordnung, Sir. Alles klar. Theoretisch kann ich die mit der E-Impulskanone anschießen. Das sollte die schaffen von der Reichweite. Bau abgeschlossen. Neue Baummöglichkeiten. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Einsatz hier nicht möglich. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. In Ordnung, Sir. Ja? In Ordnung, Sir. Wird gebaut. Gebäude verkauft. Gebäude verkauft. Sir. Sir. Motor an. Aber er macht mich fällig. Nach. Einheit bereit. In Ordnung, Sir. Bau abgeschlossen. Einheit bereit. In Ordnung, Sir. Verstanden. Einheit bereit. Er dreht einfach durch. Einheit bereit. Einheit bereit. Kommen. Deshalb ganz entspannt. Ja, bitte. Wird gebaut. Verstanden. Allt. Alles klar. In Ordnung, Sir. Verstanden. Einheit bereit. Einheit bereit. Ja, bitte. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Ich weiß, dass ich den EMP einsetze. Einheit bereit. Sonst kommen wir nicht an die Artis ran. Am besten einfach die ganze Basis in den Feuersturmgenerator. Juhu! Klaus Tiberium, glaube ich. Wir sind schon unterwegs, alles klar, verstanden, alles klar. Cyborg zur Stelle, verstanden. Wird gebaut. Ja bitte, verstanden, alles klar. Neue Befehle? Bau abgeschlossen. Ja bitte. Einheit verloren. Neue Befehle? Wo? Wer? Warum? Ach, die haben schon geschossen auf meine Leute. Ziel wählen. Ja, hat es gelohnt die schnellen Einheiten reinzunehmen, wenn ich die dann versperre mit der Infanterie. Juhu! Wir sind der König der Welt! Wird gebaut. Cyborg zur Stelle, alles klar, alles klar. Verstanden, Cyborg zur Stelle, schon unterwegs. Keine Ahnung, warum der sich nicht vernünftig verhält. sciborg zur Stelle, alles klar, verstanden, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Sir? Bauch abgeschlossen. Alles klar. Verstanden. Verstanden. Ja, ihr? Ja, Sir. Ja. Motor an. Cyborg zur Stelle. Also, die Frage ist, wie komm ich an die ran? Alles klar. Verstanden. Alles klar. WM-Schockwerfer bereit. Ziel wählen. Gehen wir mal auf Risiko. Verstanden. Keine Zeit für dich, Cyborg. Aus der Bahn. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Sir. Cyborg verstanden. Neue Befehle. Sir. 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 Einheitsverloben. Alles klar. Verstanden. Wir erledigen. Sir. Ja, bitte. So, endlich ist ein bisschen Luft an der Basis. Wird gebaut. Ja, bitte. Alles klar. Schon unterwegs. Riesige Destruptorakete auf ihren Weg. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Einheit bereit. Verstanden. Ja, ihr. Erledigt. Motor an. Cyborg zur Stelle. Schon unterwegs. Alles klar. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Schon unterwegs. Verstanden. 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 Ja, kommen wir ruhig entgegen. Einheit bereit. Ihre Anweisung. Cyborg zur Stelle. Einheit verloren. Ja, ihr. Und wie erledigt. Der Warte hat bei Ihnen verstanden. Neue Befehle. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Neue Befehle. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Anweisung. Ja, bitte. In Ordnung. Cyborg zur Stelle. Erwart der Anweisung. Sir. Motor an. Ja, super. Ja, bitte. Cyborg zur Stelle. Der Rums. Der Rums auch nochmal Blaustiberium. Cyborg zur Stelle. Sir, Motor an. EM-Schockwerfer bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. In Ordnung, Sir. Ihre Anweisung. Ihre Anweisung. In Ordnung. Irgendwoher kommt ja der Sammler hier. Der hat sich ja auch nicht mal eben verirrt. Wird gebaut. Einheit bereit. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Cyborg zur Stelle. Bereit, Sir. Das erledigt, Sir. Öffnet erledigt. Kein Problem. Da, holt ihn euch. Einheit bereit. Erwart der Anweisung. Ihre Anweisung. Ihre Anweisung kommt zur Stelle. Ja, bitte. Alles klar. Verschall das Plan. Bau abgeschlossen. Ihre Anweisung. Wird gebaut. Motor an. Cyborg zur Stelle. Ja, hier. Öffnet erledigt. Motor an. Hier. Öffnet erledigt. In Ordnung, Sir. Ihre Anweisung. Ich habe gehört. Tarnung. Wirkste Bau. Bau abgeschlossen. Zurück. Atellarie. Ja, bitte. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Gib es nicht, ey. Zieh hier rein, ey. Der schießt wirklich über das gesamte Feld. Ja, bitte. Die Anweisung. Öffnet erledigt. Kass. Ja, bitte. Ihre Anweisung. In Ordnung. Sir. Cyborg zur Stelle. Ja, hier. Öffnet erledigt. Die Autoranleit bereit. Einheit bereit. Sir. Ja. Genau, machen wir deinen Sensor an. Der andere kann da oben blau abernten. Wird gebaut. Äh. Ja, bitte. Wird alles gebaut. Neue Befehle. Bau abgeschlossen. Schatz erledigt. Kass. Einheit bereit. Lauf jetzt. Einheit bereit. In Ordnung, Sir. Gut wird erledigt. All bei so. Wird erledigt. Ja, bitte. Einheit verloren. Ja, bitte. Alles klar. Zur Stelle. Einheit verloren. Wollt wahrscheinlich meinen Sammler ärgern. Einheit verloren. In Ordnung, Sir. Ihre Anweisung. Ihre Anweisung. Und unsere Befehle. Erwarte Anweisung. Die Dunkelheit ist so nah. Ich kann sie spüren. Hallo, Iron. Spürst du auch die Dunkelheit in deiner Seele? Bau abgeschlossen. Das kommt von Not. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Sie wollen auch so denken, dass dein Penis abfällt, wenn du sie nicht anbetest. Bau abgeschlossen. Soll ich befehlen? Ja, bitte. Alles klar. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Einheit bereit. Und Gas. Reize. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Wegen um das Schiff mal eben ein paar Beton... Äh, um das Schiff herum ein paar Betonplatten. So. Wird repariert. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird repariert. Wird gebaut. Leider nicht möglich. Es wird bereits gebaut. Einheit repariert. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Was bringen die Betonplatten? Bau abgeschlossen. Es können keine Einheiten durch den Boden kommen. Bau abgeschlossen. Einheit repariert. Also unterirdisch. Unterirdische Einheit entdeckt. Ja, bitte. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Da gab's doch keine Betonplatten. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Und der Boden wird nicht unähmend. Bau abgeschlossen. Falls wir beschossen werden. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Kommt der Sammler. Der muss direkt zerstört werden. Cyborg zu stellen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Cyborg zu stellen. Ja, hier. Easy Befehl. Cyborg zu stellen. Fahre eben mit dem Panzer durch. Wird gebaut. Ihre Anweisung. Neue Befehle. Im Red Alert. Let's play habe ich gelernt, dass Beton immer teurer wird. Also schön Beton jetzt bauen. Einheit bereit. Cyborg zu stellen. Neue Befehle. Das war bitte mein. TNP-Werfer in Ruhe. TNP-Werfer in Ruhe. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Einheit bereit. Cyborg zu stellen. Sir, und Gas. Ja, Sir. Wird repariert. Wird gebaut. Einheit repariert. Wird repariert. Einheit repariert. Sir? Wird repariert. Baut abgeschlossen. Einheit repariert. Wird repariert. Eigentlich habe ich gedacht, ich wäre schon lange durch. Aber irgendwie dauert die GDI-Kampagne länger als gedacht. Ja, hier. Ja, Sir. Motor, Sir. Und ja, Sir. Ja, Sir. Wird repariert. Wird repariert. Einheit verloren. Wird erledigt. Und Gas. Einheit repariert. Wird repariert. Einheit repariert. Ja, Sir. Was hat dir der Automod auszusetzen? Äh, du hast geschrieben N.I.G. Und K. Irgendwo. Ja, so weit kommst du nicht. Richtig, wegen dem N-Wort. Ja, öfter ledigt. Notenbank. So, alle Rander. Neue Befehle. Ja, easy Befehl. Sir. Neue Befehle. Ja, Sir. Motor ab. Ja, Sir. Reiz. Ich würde sagen, das ist eine Brücke in die Basis. Spekulativ gesehen. Einheit bereit. Wird hergestellt. Ihre Anweisung. Erledigt. Und Gas. Einheit bereit. Ihre Anweisung. Cyborg zur Stelle. Einheit bereit. Mit ihrem Anweisung. Sie haben sie entnettigt. Sie haben bereits die Anweisung. Cyborg zur Stelle. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Verstanden. Alles klar. Alles klar. Einheit bereit. Alles klar. Ach, das wird... Motor an! Reißen! Motor an! Reißen! Daran wird hier rum geballert. Motor an! Neue Befehle! Alles klar! Verstanden! Alles klar! Sir! Reißen! Neue Befehle! Verstanden! Alles klar! Alles klar! Bleibt repariert! Ja! Ja! Und? Sir! Gut, wie erledigt! Einheit repariert! Sir! Ihre Anweisung! Ihre Anweisung! Verstanden! Sir! Alles klar! Cyborg zur Stelle! Sir! Einheit bereit! Ja, Sir! Neue Befehle! Alles klar! Verstanden! Verstanden! Cyborg zur Stelle! Cyborg zur Stelle! Alles klar! Ja! Ihr? Cyborg zur Stelle! Hm... Wird gebaut! Bau abgeschlossen! Wird gebaut! Wird gebaut! Leider nicht möglich! Es wird bereits gebaut! Wird gebaut! Doch, alles ist möglich! Und ich glaube, ich kann wirklich den EMP so weit nach vorne ziehen! Bau abgeschlossen! Einsatz hier nicht möglich! Wird gebaut! Bau abgeschlossen! Wir kommen ohne dass die Arti meine Einheiten zerfetzt! Wird gebaut! Einheit bereit! Wird repariert! Einheit repariert! Einheit bereit! Bau abgeschlossen! Verschlappt! Alles klar! Wird repariert! Einheit repariert! Bau abgeschlossen! Bau abgeschlossen! Gebäude verkauft! Einheit repariert! Erledigt! Gas! Gas! Erledigt! Sir! Gibt es nicht repariert! Geh da hin! Wird gebaut! Wird gebaut! Wird repariert! Einheit repariert! Bau abgeschlossen! Bau abgeschlossen! Ihre Anwalt! Einheit bereit! Einheit bereit! Einheit bereit! Ich habe ihn aus Versehen bewegt! Einheit bereit! Einheit bereit! Wird repariert! Einheit repariert! Ziel wählen! Cyborg zur Stelle! Einheit bereit! Sehr gut! Wird gebaut! Wird gebaut! Wird gebaut! Bau abgeschlossen! Gas! Erledigt! Alleinheit bereit! Gas! Dann geht in Position! Wird gebaut! Ja! Da sind wir auch so gut wie drüben! Motor an! Gas! Mal wieder speichern! Danke für den Hinweis! Ruf speichern! Sonst wird ein Unglück geschehen! Bau abgeschlossen! Sir! Alles klar! Einheit bereit! Vielleicht könnt ihr noch breiter auf dem Feld laufen! Alles klar! Verstanden! Alles klar! Neue Befehle! Sir! Sir! Erledigt! Einheit bereit! Ziel wählen! Sir! Sir! Verstatten! 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 Im P-Wurf! Geglückt! Alles klar! Verstatten! Sind auf dem Weg in die Basis! Alles klar! Alles klar! Verstatten! Alles klar! Alles klar! Sir! Sir! Neue Befehle! Alles klar! Ihre Anweisung! Alles klar! Ihr! Sir! Alles klar! Ihr! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Juhu! Zwei! Bereit! Bereit! Erledigt! Erledigt! Bereit! Erledigt! Ja! Reiz! Motor ab! Erledigt! Ja! Motor ab! Reiz! Neue Befehle! Ah, bis dahin krieg ich den EMP auch noch geschossen! Ok! Neue Befehle! Ich bin blind!? We fuzzy bezfertigt! Wird gebaut! Bau abgeschlossen! Pass mal auf, wenn ich dann die Einheiten zerstört habe, kommen einfach ein Haufen Jäger. Weil ich hab ja nie welche zur Verteidigung oder zum Angriff oder sonst irgendwas gebraucht. Das Scannern halt wäre auch nicht schlecht. Ja, erledigt, erledigt. Neue Befehle. Einheit bereit. Verstanden. EM-Schockwerfer bereit. Alles klar. Einheit verloren. Ja, Sir. Okay. Allseits bereit. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Einsatz hier nicht möglich. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Gestoppt. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Einsatz hier nicht möglich. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Stell ich mal hier unten hin. Einheit bereit. Radar funktioniert im Sturm nicht, aber Tarnvorrichtung anscheinend. Getarnte Einheit. Sieh, Sir. Klappt doch alles. Du meinst, das Standardradar funktioniert. Das weiß ich, aber das mobile Radar ist ja nicht dafür da. Einheit bereit. Getarnte Einheit entdeckt. Wird gebaut. Wie ich da den EMP reinjage. Getarnte Einheit entdeckt. Einheit bereit. Sammler wird angegriffen. Welcher? Wo? Warum? Warum? Getarnte Einheit entdeckt. Bau abgeschlossen. Einheit bereit. Ach so, warum kein Radar hab ich nicht gelesen vom Rowdy. Getarnte Einheit entdeckt. Radar funktioniert beim Sturm nicht. Wird aber schon so beantwortet. Einheit bereit. Sir. Getarnte Einheit entdeckt. Ziel wählen. Einheit bereit. Ja, ihr. Sir. Neue Befehle. Sei gut zu stellen. Neue Befehle. Sir. Rein da, mach kaputt. Ja, ihr verledigt. Ja, ihr verledigt. Einheit bereit. Ja. Klasse. Und war da. Einheit bereit. Ja, das ist ein bisschen ungünstig. Ja, der kriegt nur ein bisschen Kollateralschaden vom anderen. Oh, oh. Die überlaufen einfach alle. Ohne Scheiß, das ist der Sound von der Dose, die in der Hand zerquetscht wird. Wenn du hier über die Roboter ziehst. Boah, wenn du drauf trittst langsam. Lass mich raten, er gieß wieder alles ganz hinten. Also übrigens total schrecklich mit Blaufilterbrille das zu spielen, weil es ja eh schon so gelblich ist. Dass sie wirklich immer noch genug Saft haben für das Ding. Sie sind angegriffen. Einheit verloren. Sir? Drei Befehle, sie sind verschwerem, wenn sie uns reichen. Vorhaben, vorhaben, vorhaben. Kein Fehler nicht erledigt. Ziel wählen. Einheit verloren. MP ist da. Sind ja auch Cyborg-Dosen. Ja, Sir. Einheit bereit. Einheit bereit. Ach so. Ach, die haben, die haben Blitz abbekommen, glaube ich. Weil die sind, äh, unter dem EMP-Einfluss. Einheit bereit. Ja, hier an, also. Ja. Alle Lächeln. Einheit verloren. Einheit bereit. Einheit bereit. Erledigt. Das bedeutet, dass hier oben irgendwie auf dem Berg auch noch Kram ist. Sir, alles klar. Alles klar. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Uppsala, bleibt hier. Motor an. Ja, hier. Erledigt. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. Ja, hier. Motor an. Und Gas. Einheit bereit. Einheit bereit. Motor an. Bereit, Sir. Erledigt. Erledigt. Einheit bereit. Oh ja, der Freund ist da auch noch die Arti. Einheit bereit. Einheit bereit. Reit, Sir. Getarnte Einheit entdeckt. Easy Befehl. Motor an. Motor an. Öffnen. Easy Befehl. Easy Befehl. Easy Befehl. EMP-Schockwerfer. Bereit. Einheit bereit. Getarnte Einheit entdeckt. Ja. Wird erledigt. Reicht das? Einheit bereit. Ja, Sir. Bereit, Sir. Getarnte Einheit entdeckt. Erledigt. Einheit bereit. Ja, Sir. Erledigt. Einheit bereit. Sir. Getarnte Einheit. Äh, ich hoffe, dass wir uns nicht getäuscht haben. Einheit bereit. Dass man bei dem Wetter doch Orca steigen lassen kann. Wird gebaut. Sir. Weil er hat ja in seinen ganzen Anlagen Flak stehen. Einheit bereit. Und wozu sollte der Flak irgendwo stehen haben, wenn du auch keine Flak nutzen kannst. Sir. Getarnte Einheit entdeckt. Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Ja. Motor an. Ihre Anweisung. Sir. Ja. Hier. Sir. Alles klar. Ja. Hier. Weh, ich hab mir die Kacke jetzt schwieriger gemacht, als es sein musste. Also klar, es werden, es wird wahrscheinlich so sein, dass Orcas auch abstürzen können. Durch den Blitzschlag, etc. Motor an. Ja. Hier. Motor an. Sir. Sir. Ich glaube, so sollte man Häuser mit Dächern bauen, wenn es bei Baubeginn doch eh nicht regnet. Es ist halt irrelevant für die Mission. Einheit bereit. Bestätige Flucht. Bestätige Flucht. Na gut. Einheit bereit. Haben wir nochmal Glück gehabt. Kann nämlich nicht fliegen, der Orca. Ja, Sir. Ja, Sir. Weil die Piloten Lappen sind. Ja, hier. Wird gebaut. Wird erledigt. Wird erledigt. Gestopft. Ich verliere Servo. Einheit bereit. Sir. Wird erledigt. Einheit bereit. Das lief ja gut. Ein Gebäude verloren. Mac. Notch startet einen vollen Gegenangriff. Wir haben sie an der Südfront angegriffen, aber... Notruf kommt rein, Sir. Ursprung... Nähe Kairo. Verstärkung. Ich fürchte, mein Einsatz ist fehlgeschlagen. In Cain's Tempel in Kairo habe ich eine Rakete gefunden, die bald schon die ganze Erde vernichten wird. Und Umargan. E-Fahr-Marsch-Befehl für alle Truppen. Koordinaten Kairo. Wir brauchen eine größere Angriffsmacht und mehr Zeit zum Planen. Wenn Kai mit dem Rücken zur Wand steht, dann könnte er das Tiberium über die ganze Welt verstreuen. Sie werden ihn nicht angreifen. Tut mir leid, Sir. Wir fliegen los.